Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Recoded. Im letzten Part haben wir uns bis hierhin vorgekämpft, nicht sehr viel weiter und wir sollen uns in einer Anomalie finden. By the way, habe ich hier eigentlich schon ein paar Herzlose besiegt, weil... oh, der war schnell weg. Äh, weil ich da hinten hingegangen bin, wo wir schon waren und dann waren da hier Herzlose und ich habe die Aufnahmen noch nicht angefangen. Äh, Anomalie, wo bist du? Ah, hier ist die Anomalie. Aber... zerstört erst mal diesen Weaverm. Und die Blöcke nebenbei auch noch, weil ihr es könnt. Aha. Dann wollen wir doch mal in diesen Systemkern gehen. Och, nö, das wird spaßig da, wenn ich selbst kämpfen kann. Viermal einen Abschlusskommando ausführen. Äh, ne, einmal Abschlusskommando ausführen. Ah, komm. Warum nicht? Vielleicht werde ich sowieso failen. Abschlusskommando, FTV! Blöcke zerstören, Blöcke zerstören. Ich habe gleich doch schon eine Art Abschlusskommando, wenn ich recht sehe. Oder? Oh Gott, das ist mega. Wo ist der denn denn? Oh Gott, das ist mega. Ja, das ist doch einmal. Herausforderung bestanden, finde ich super. Äh, falsch gemacht. Zack, 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 zack. Ach ja, stimmt ja, hier muss man ja SP haben. Und ich habe eben schon mich verreikt. Ich darf mich nicht treffen lassen bei der Arm. Oh Gott. Äh, ah, da, 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 da sind die, da. Äh. Oh, vielen Dank. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, Blöcke machen wir das. Mehr SP sind immer gut. Also, gibt es hier sonst noch was? Außerherzlose. Die ihr mal eben platt macht, weil auch SP und so. Oh, oh, fuck, fuck. Oh. So, ich will nicht SP verlieren. Was ich aber schon zu viel getan habe. So, gibt es hier sonst noch was? Außer ein paar Blöcke. Die nichts bringen außer HP. Was theoretisch auch nicht so schlecht ist. Immer zuerst auf Herzlose, wie sie jetzt, äh, wie sie jetzt haben, weil man weiß ja nicht, was passiert. Hallo. Genau, ich meine ich. Ich benutze zwar unnötig irgendwelche Fähigkeiten, aber wenn man sie schon hat, warum sollte man sie dann nicht auf Nutzen? So, ähm. Da sind erstmal noch weitere Blöcke. Erstmal sind da noch Herzlose. Trisst mich nicht. Haha. So, dann sind hier Blöcke. So, dann sind hier noch mehr Blöcke. Die wir zerstören müssen, damit wir da durchkommen. Ach, komm, Blitzkopf. What? What? Nein. So, nochmal. Oh, noch ein Zielstrahl. Die haben wir. Kann man den hier abbrechen? Ach. Ach. Okay, Moment, da oben steht eine Zahl. Zahl, brich ab, brich ab. Vielen Dank. Äh. So. Dann wären wir hier. Hallo, Block Nummer 1. Äh. Kommt. Ich bin doch hoch. Hallo, Herzlosen. Warum er hier gerade käme, was ist denn hier? Vielen Dank. Da hinten sehe ich noch Blöcke. Na, erstmal sehe ich noch Herzlose. Oh Gott. Okay, aua. Auch gut zu treffen. So, wir wollen ja so viel SP wie möglich sammeln. Das ist mein Ziel immer in diesen Dingern. Oh. Jetzt haben die da unten schon was gemacht. Nein, nein, nein. Wo ist der hin? Unfair. So. Ah, nochmal ein paar Blöcke. Ich komme nicht da hoch. Dann ist mir hier echt hoch. Oh. Oh. Hilfe. Gehe ich kein SPAM. 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 Oh Gott. Gehen Dank. So. Nun wären wir auch wieder oben. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten dann nachher irgendwas an... Ah. Nicht schon wie... Oh. Ich dachte... Ich will den Zielstrahl nicht verwenden. Ich kann keinen Donut voll geaktivieren. Oh Gott. Maximal kannst du mal bitte ausgehen. Komm schon. Ist doch nur ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Vielen Dank. Kommt ihr? Alter. Warum ist das gerade so langsam? Und jetzt läuft es wieder. What the hell? Was war das? Schubst mich nicht weg, Donald. Oder was ist das gewesen? Was? Oh Gott. Ich rieche. Hallo. Hallo. Und tschüss. Hallo. Hallo. Und tschüss. Stufenschiff. Finde ich nice. jetzt können wir den ja anscheinend ja die band mal kurz instant die blöcke oder so habe ich falsch gesehen aber nicht mehr lange ist noch schön viel blöcke wie kommt das hier gegen die gegend bekannt war macht schneller für die da hinten benutzen falls hier nicht gerade herzlose auftauchen ach ich wusste es gerade ohne dass ich danke da ist noch einer noch zwei wollen doch kein donut blitzker hier gibt es nichts außer jetzt die zusätzlichen sp das finde ich schade ich habe noch nicht geguckt wie viel ebenen hier eigentlich sind sollte ich nachholen ok dann passt das ja falsch da wollte ich hier sind ja auch noch welche da oben auch donald er braucht mich zu treffen vielen dank alter sind das viele ip und ich bekomme ja noch einen bonus kofi turbo zielstrahl weil wir schon wieder haben von wegen einmal ausführen schafft man doch locker hin äh was ist das egal gut locker auch weg locker auch weg ah da habe ich noch einen übersehen die sp lasse ich mir doch nicht entgehen vielen dank 1700 1820 sp 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 nicht eb und sind dann wahrscheinlich keine sp mehr drin das kennt man ja und nein perfekt hier in die lücke springen muss gehört muss ich das hier erst wieder machen macht so bin ich mal drauf gekommen untersuchen ja eben da verlassen 2000 sp nächste ebene 37 gegner besiegen locker geht das wenn ich sowieso ohnehin schon voll auf gegner aus bin hallo stell vor jetzt strölt mich das game es gibt nur 26 ja da wären schon zwei drei ich bin mal großzügig zu diesem hier weil ich lange sowas nicht gemacht habe was wir jetzt erst mal jeden block vernichten einmal weil ich bock drauf habe oh hier sind ja noch mehr ach komm die kriegt das sind normale scheiß schattenlöcher die nerven die kriegt ja auch ohne irgendwelche anderen äh äh fähigkeiten locker hallo aber für die benutze ich doch schon mal gerne so als blitzker ach ich sollte kurz in die ja ahhh na komm mach den zielstall sonst ist das wieder total nutzlos und dann kann ich den zielstall eigentlich nicht hallo werdet mich langsamer vielen Dank äh anderweitig benutzen äh wo seid ihr da seid ihr ok wie komm ich ah so komm ich da oben rauf ok voll gemisch so keine ok dann erstmal blöcke 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 das hier ist ja im Prinzip ein reines Erholungsgebiet weil achso wenn die getrocknet werden auch SP weg ja eigentlich logisch aber für die doch nicht das sind Donald und Goofy Goofy Trumbo klingt so viel wenn er nicht da ist ja kommt nein ich wusste es voll gemisch voll gemisch voll gemisch nochmal nochmal Donald folger hallo da ist Donald gut jetzt muss ich erstmal wieder hochklettern wie nice nicht oh Gott ich hasse es immer wieder runter zu fallen mal sehen zack 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 ha ich schaffe es auch so nur für läppische keine Ahnung ein paar SP ok oh nein keiner da vielen Dank dass ihr auch gekommen seid ach geht doch jetzt müssen wir hier theoretisch alles haben was sehe ich denn da gut so kommt ah so kommt man leichter hoch hätte ich das vorher gewusst dann äh wäre es besser gewesen aber gut wir haben ja fast 27 27 wir haben locker schon fast 27 Gegner hätte ich da nicht alle besiegen brauchen das ist schon wieder so ein verdammter Raum von wegen ach geh in die Mitte da wirst du sterben so in der Art ja so ungefähr ist es auch geh in die Mitte und du wirst sterben Gift 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 Fungi kann ich gar nicht das werde ich vielleicht nur unempfindlich gut ah in der SP Welt oh Gott Herausforderung Bestand find ich nice spamt eure verdammten Fähigkeiten aber nicht wenn ihr grad in der Luft seid ich will dass ihr ich will dass ihr trifft nein komm Alter wie viel boah die greifen auch nicht den Block an der so wenig Leben hat nein nochmal jemand anderes jetzt sind aber alle weg hoffe ich doch äh hallo ok das Ding verwirrt mich immer wieder aufs Neue find ich nicht cool aber egal jetzt können wir wieder den Scherz Herzhut ignorieren find ich super folgen äh Blöcke warte sind das viele ich glaub so viel hatte ich noch nie so ab ins letzte Gebiet natürlich erstmal mit aufherzlosen äh lose die benutze ich trotzdem mal ein Witz gehabt obwohl das total irgendwas war komm ach dieses verdammten Schattenlöchchen nerven so blöcke goofy goofy trombot ok wo sind hier die nächsten großen Herzlosen wo sind hier die nächsten großen Herzlosen wo auch immer hä wo sind denn hier die wo ist denn hier der Boss Herzlose und wo ist jetzt hier bitte schon dein Gegner ah da hier ist der Boss Herzlose ah äh aber den seh ich jetzt irgendwie nicht nicht dass der schon wieder weg ist irgendwie den hab ich ja eben auch die ganze Zeit nicht gesehen na ich hab ihn getroffen find ich gut dann können wir auch gleich wieder nach Hause gehen nachdem wir hier jeden Block vernichtet haben Beifuß Beifuß vielen Dank den Block könnt ihr ja nein nicht da lassen ich sag ja wir nehmen alles mit einmal und zweimal ist da sowieso nicht mehr sehr viel drin ok und damit können wir auch das hier beenden ach ja der erste äh das erste der der erste Systemkern seit langem mein Gott deutsches Fail weil ich müde bin und einen langen Tag hinter mir hatte ach Gott aber dann tschüss hier und Herausforderung bestanden und wie viel SP habe ich? Alter nicht im Ernst über 2 Gott die Eisra neue Abschlussfähigkeit Kommandoring aktiviert Kommando Kontra Kontra nach einem Block mit einem Kommando ok klar LP nehmen wir mit Attacke nehmen wir mit Magie nehmen wir auch mit Abwehr natürlich auch Feuerstanz auch Magnera nehmen wir auch gerne mit und das nicht ohne so so aber den Rest will ich bitte schon in EP haben Tala haben wir genug so und jetzt ist da ein Weg frei und das bringt uns was erstmal dass hier wieder neue neue Herzlose ausgetaucht sind mit dem Hinweis ich sollte mich eigentlich umrüsten denn äh es wurde ja schon viel gemacht aber erstmal wo war ich wo ich weitermachen wollte hier ne äh komm ja hier Stufenchip locker verdammt da fällt mir ein egal LP 2 Attacke 1 hier ist ja alles gedoppelt Attacke um 1 erhöht holen wir einen Stufenchip ein dann sind wir nämlich 2 level hoch das habe ich voll vergessen die ganze Zeit zu machen ich habe keinen Bock zu kontrollieren ob alle anderen sonst auch in einem Doppelten sind oh Gott Attacke plus 1 Magie plus 1 und wir erhalten ein neues Lot haha Abwehr plus 1 ein verdammter Debugger muss hin Abwehr plus 1 gut Turnschu was bringt mir das oh das hatte ich schon Lässt sich schneller laufen cool Stufe 2 find ich nett was hab ich sonst noch einmal Vollresistanz 3 muss noch dran sein gut sonst noch was Blitzresistanz 2 gut ich will mich nämlich zuerst hier hin arbeiten und weiter nichts ok kann man so gelten lassen ja Tigowurf hab ich dich nochmal nö das heißt du kommst leider raus Feuerwirbel hab ich nicht noch einmal Blitzwirbel ist gemeistert Blitzwirbel kommt rein ich meister jetzt einfach erstmal alles was ich habe Eisdrohnen ist immer noch geil Vita habe ich dich noch einmal nein aber Vita passt gut äh was nehme ich da für rein eh Lude Frage nehmen wir mal einen Froststurm und kombinieren gleich oh TL geil gut und einen neuen Froststurm zum Level ach das war doch schön dass ich einen Froststurm reingetan habe Aeora äh wo geh ich hin Aeora da hab ich nichts weiter von das heißt man könnte es machen aber ich wollte ja gucken ob man mit Stopp was machen kann nämlich Stopp irgendwie Stopp und Stopp ergibt Stop Level 2 Gemach Stopp ach ne das kann man ja jetzt sehen Magnet Magnet ach gut sonst noch irgendwas gelb 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 Luftspirale what aufwärtsheb ne ne sonst nix gut dann können wir was draus machen ne keine Ahnung das kann man mit Gemach jetzt noch machen das interessiert mich jetzt Gemach und Magnet Magnet wie immer ansonsten ist nix gut das bedeutet wir nehmen ja was wollen wir jetzt eigentlich leveln Aeora wollte ich aufleveln gut und zwar mit Stopp Upgrade find ich super oh Tee man wieso bekomme ich heute so viele Upgrades gut wie Targa und Eiswurf hab ich Eiswurfs noch bäh nochmal sieht nicht da noch aus Eiswurf Hallo ne hab ich nicht nochmal Tumischwertwurfs ne hier gab es doch noch etwas womit ich kombinieren kann oder sah ich das mal so ne gar nü obwohl ne müsste ich irgendwann mal machen na ok mit Folger Tonabeger wow ist mir neu aber wo war jetzt da war das schwer gut das können wir leider nicht kombinieren Blitzwirbel zweite Blitzwirbel wo bist du hey 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 ach da gut das kann ich kombinieren aber aufwärtssieb ist nicht so gut nehmen wir mal raus ähh gerade alles schon so hoch alter was nehme ich jetzt was will ich hochleveln gute frage nehmen wir mal den Erdstoß einfach mal nur so oh gott was kommt da Aerosalto Hitzesturz Aerowalze Windsturz Windsturm Windsturm alter Schwede Froststurz Elektrosturz oh gott ich sollte den Part langsam beenden wo war der Elektroheb äh Blitzwirbel meine ich da war es doch mal bin ich blind so Erdstoß Upgrade boah schon wieder ein Tee was ist heute los egal wir leveln nochmal einen Sturmrausch damit wären wir noch nicht fertig wir haben nämlich einen neuen Slut bekommen oh gott was leveln wir jetzt die Aerowalze mit Blitzwalze gut oh gott ich bin immer noch Heroes am leveln gut Megaflare haben wir auch noch nicht ausprobiert halte A gedrückt Ziele mit Stahlkreuz und lasse A los effektiv gegen Gegnerhorn die Eistrar ich will Megaflare erstmal nochmal sehen Frostschutz ach das unter 15 HP machen wir immer mal hier durch gut dann würde ich sagen sieht man sich im nächsten Part wieder ich speicher jetzt nur nochmal und ich würde sagen bis zum nächsten Mal bis dann viel Spaß und tschüss